In der Rundrecke Nasmu Koteci Pibitzi-Dupol gegen Alex Jadimchuk Boxrecht Essen. Dieser Kampf geht über drei Runden nach drei Minuten. Wenn zwei, Runde eins. Rundrecke Nasmu Koteci Pibitzi-Dupol gegen Alex Jadimchuk. Rundrecke Nasmu Koteci Pibitzi-Dupol gegen Alex Jadimchuk. Rundrecke Nasmu Koteci Pibitzi-Dupol gegen Alex Jadimchuk. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.